Ich komme mit meiner Familie aus Syrien. Vor sieben Jahren musste ich mit meiner Familie und Kindern flüchten. Ich war bei Pieck und Kloppenburg und die haben mir dann den Änderungsschneider Baran empfohlen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Alles, was ich bisher hingebracht habe, wurde perfekt umgesetzt. Ich habe wochenlang nach einem coolen Abschlussballkleid gesucht, aber nichts gefunden und jetzt habe ich mir hier bei Baran eins Marschneidern lassen und bin super zufrieden und ich freue mich sehr auf meinen Abschlussball. Also, wenn ich mir Jeans kaufe, dann stimmt die Länge oft, aber der Bund ist zu weit. Und ich lasse eigentlich ungern was daran ändern, weil man den Schnitt immer sieht, aber hier sieht das super aus.